der anführer der freikämpfer müsste hier oben sein das haus hat schon bessere zeiten gesehen die eigentlichen besitzer sind vermutlich im winterpalast vermutlich ich habe nichts von der ebene gehört du nein jedenfalls in letzter zeit nicht neuer verzauberstab super 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 verzauberstab aber neuer verzauberungsstab aber für waffen keine gegen diese typs zu stören aber ich kenne ja der unbedingt neuen stab braucht und das ist der liebe solis waffen ja mehr wochen und stadt dann können wir jetzt mal zerstören tschuldigung warte mal wie groß ist denn das gelände ja ok hallo ich habe ein neues großes schwer und ich bin jetzt mächtiger denn je tja ich bin wirklich mächtiger hallo wir befreien diese wachen nur mal eben von ihrem leid hier überhaupt dienen zu müssen oder die nächsten mal wie fangt ach da ist er schon okay die elefante okay die elefante die elefante die 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 haben ist es nicht schade um ihn kitzel zum notizen habt ihr schon gehört schwester koste ausgefallen können wir das haus jetzt von uns beschlagnahmen wäre das möglich wir sollten diesen ort durchsuchen ein teil eines schlüssels er ist mit einer rune versehen oder einem teil davon rief am alifant ein drastisches opfer achte schande das kann ich nicht mehr nehmen schade was es war das letzte auch noch mit wow sie müssen es für die templar geschmuggelt haben jetzt nicht mehr die fans tage bücher mit schrift lesen bruchstücke des schlüssels ach die sind hier in der villa das ist ja super ich muss jetzt ewigkeiten danach suchen bruchstücke des schlüssels lesen die sexualität von fieders das ist schön die geschichte zu lesen die sexualität dann war noch hier auf der seite und muss hier ein wieder entdeckt speisesaal ein schönes muss sagen es ist ein schönes anwesen hier schwere axt das ist echt schön hier was hier könnte man die inquisition auch ein zeitstandort aufhören also standort so bruchstücke platzieren so gut so das ist dabei finde eine verwendung für den ruhen schlüssel muss ja irgendwo hier sein glaube ich hier oder wir bewahren sie also das gute zeug auf und braucht man so viele dinge wenn man sie niemals sieht interessant räuberbogen rüstungswert schatzkammer war klar dass es für eine schatzkammer ist mittelsschwere rüstung schurke elixiergürtel kann ich nicht mitnehmen ich würde das gerne alles mitnehmen du kannst noch eine neue rüstung anziehen ich war zerstören wir das mal zerstören das ist ja alles nur rot so wer könnte es von den tragen rüstung verstärkte hochwertige kundschaft der handelisch perfekt und das steht hier sogar das trägst du dann mal du hast aber noch keine moment das ist so hast du auch keine ahnung das machst du dann ich hoffe ich habe ein bisschen gold hier drin schlangen stein brachenschuppen ob sie die hahn achte schon der ruhe und des verderbens amulett des lebens durch das super ja wir alles ausgeraubt es geht ich glaube nicht dass ich die bilder für mich beanspruchen kann oder ich bin mir nicht sicher kann ich die bilder für mich beanspruchen weil wir haben mal die form getötet und den freikämpfern einen schweren schlag versetzt ja aber ich muss noch wissen wie ich da zu diesem zelt auf wird zum zeltlager komme damit ich immer dahin sofort hinreisen kann dann gehen wir zurück in dies markt gräber schatten options mir infanter ist der roten tempel ich hasse lange lange zeit ich habe sie wirklich so wie komme ich jetzt dorthin die kontrolle über das markt gräber ich muss wahrscheinlich der region ein ex-norm großen umweg machen dahin zu kommen tatsächlich vom hierüber hoch perfekt jetzt blieb dahinter schön vor elf wurzel brauche ich ja noch friedholz ich habe mir noch holz schlag position brauche ich auch noch ich finde ich ein holz schlag position ich war einfach mal ich war gerade überrascht auch in einer letzten fall dass ich das überhaupt mal gefunden habe moment oder für hin weit was aufsteht da oben muss ich wahrscheinlich hin und das ist auch ein riss aber komm schließen wir erstmal den riss und dann geben wir hier oben hin und bauen da kann ich gleich das ist doch dann da 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 die sind betreibt betreibt du musst das ablaufen immer schön betreiben 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 tut mir leid aber ihr müsst alle wir zurück das schwer dass ich habe sie aus wie das für das scherz von meryl das sieht man gerade mal so auf wir beanspruchen hier das halbe bereich und ich bin nicht so gut andere möchten vielleicht auch anspruch aber wir haben den ersten anspruch aufgelegt dass man sich mit zu sehen dass ich da oben hoch komme mein lager aufschlagen komm ich da hoch jawohl ist so weit hoch komme ich jetzt auch wieder nicht wir sind perfekt das ist wirklich ein perfektes lager klagen wir unser lager auf ja super so es ist beim pavillon warum wir diese kässe ist diese kässe aktiviert begibt sich zu argons geht und das ist der kenne das ist super kurz direkt hin durch arbeiten ich würde sagen ich sage machen wir bei der nächsten folge weil der weg dahin dauert ja auch noch also bleibt mir gewogen und bis morgen ciao